Hallo und guten Morgen Leute! Wir haben den 13. Dezember und das bedeutet, dass 13. Kläppchen will geöffnet werden bei Sweet Amores, dem Adventskalender von 2018. Das ist das Jahr, in dem wir gerade noch leben. Ja, Spaß beiseite. Okay, wo ist... da ist die 13 und dahinter verbirgt sich Trommelwirbel... die Hose! Cool. Die ziehen wir natürlich auch gleich wieder an. Ich habe ja gesagt, sobald wir... achso, warte mal... Sobald wir hier was Neues bekommen, ziehen wir das direkt an. Ich glaube, so ist richtig, aber die sollten eher unter den Pulli, nehme ich mal an. Also ich würde so im Winter ja nicht rausgehen. Ich fände das ein bisschen kalt. Aber wir werden sehen, ob sich hinter dem Outfit noch eine Strumpfhose verbirgt. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Der Rock wäre auch ganz Stilbruch hierbei. Naja. Okay, dann bleiben wir jetzt so und die Melonentasche behalte ich einfach jetzt noch die ganze Zeit bis... Keine Ahnung, bis sie mehr auf den Keks geht. Okay, Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Wir sehen uns mit dem 14. Klöppchen morgen wieder. Ciao, ciao! Wir sehen uns vor, wo wir, dass der Vorfeld ist.